Erleben Sie den Knaus BoxDrive 600XL. RaumXL, DynamikXL, KomfortXL. Ein Technik- und Raumwunder, das mit der Fahrdynamik des MAN TGE Chassis, den optional bestellbaren MAN-Assistenzsystemen sowie mit zwei separaten Schlafbereichen in Bug und Heck überzeugt. Dank dem leichtgängigen Hochdachbett im Bug bietet er serienmäßig vier Schlafplätze, genug Platz und höchsten Komfort für Freunde oder Familie. Dynamik XL. Im Exterieur besticht der BoxDrive 600XL mit seinem dynamischen Design, serienmäßigen Rahmenfenstern und dem bewährten Hochdach. Je nachdem, welche Abenteuer Sie mit dem Knaus BoxDrive 600XL erleben wollen, können Sie sich entweder für einen Front- oder Allradantrieb entscheiden. Das Befüllen des 100 Liter Frischwassertanks sowie die Entnahme des Toilettenkastens ist bequem von außen möglich. KomfortXL. Der Knaus BoxDrive 600XL bietet höchsten Wohnkomfort und mit 2,25 Meter Innenraumhöhe ein außergewöhnliches Raumangebot. Die stimmungsvolle Ambientebeleuchtung, die Knaus Lichtsignatur und die stoffgespannten Seitenwände sorgen für Wohnkomfort XL. Die praktische Höhenverstellung des Fernsehers macht diesen auch im Hochdachbett nutzbar. Genauso kann man aufgrund der Flexibilität aber auch von der verstellbaren Sitzgruppe aus gemütlich fernsehen. Platz XL. Die großzügige Kompaktküche begeistert mit viel Stauraum, einem großen Spülbecken und einem praktischen Zweiflammengaskocher. Der Kühlschrank mit Doppelanschlag ist so positioniert, dass man ihn auch bequem von außen öffnen kann. Entspannung XL. Im BoxDrive XL ist ein komfortables Querbett im Heck verbaut, das durch seine Wandbespannung mit Stoff, Ablagefächern sowie seinem Stauraum unter dem Bett überzeugt. Optional ist das Bett auch als Hubbett erhältlich. Während die Version mit serienmäßigem Hochdachbett Schlafplätze für bis zu fünf Personen bietet, ist die Version mit Stauschränken ein perfektes Fahrzeug, um von einer Stehhöhe von 2,25 Meter und mehr Raumgefühl profitieren zu können. Ähnliche Varianten bietet das optionale Heckbuchbett, das mit maximaler und stufenloser Höhenverstellung überzeugt. Der 600XL bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Serienmäßig wird ein Festbad mit innovativer Schwenkband verbaut. Optional kann das Raumbad mit Klappwaschbecken und Faltspiegel gewählt werden. Starten Sie mit dem Knaus BoxDrive 600XL in neue Abenteuer. Dank XL Raum, XL Dynamik und XL Komfort meistert er jede Reise, jeden Roadtrip und bringt Sie sicher ans Ziel.